Das macht mir doch schwer wie immer Okay Nehmen wir den Was noch mal hier? Ja Auf Wissern Ha! Hi Kornamdie Jupp Und wieder klatsch Ich mach mal mit ein bisschen Geld zusammen und Du Aufstieg auch Ja 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 Hat bisschen Ähnlichkeiten mit Ralf Samurai Irgendwie 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 hat das schon ein bisschen Ähnlichkeiten Nicht von Gameplayer her sondern irgendwie ich weiß nicht das ist ein schwerter die man sammelt es gibt mon und ron und und man kann und man kann und man kann das thema dasselbe ist klar aber weil es ist zufällig lustig weil zufalls projekt ist aber zuvor generatet und das ähnlich ist wie beim samurai ein bisschen naja so ein bisschen halt ne da wir hatten wir hatten wie viele ähnlichkeit viele ich kann das nicht aber Es ist halt, ich wein nicht, genau das sagen. Irgendwie so ein bisschen halt ähnlich trotzdem, ne, wie es fertig man sammeln kann. Das ist ja für mich so ein Mavis of the Samurai, typisch. Ach, hier kann man auch jetzt langlaufen. Weil ich das vorher gewusst. Das vorher, ich kann mich nicht hinhauen. Also jetzt natürlich auch klar, wo das ganze Zeug ist. Ah, na, muss ich am Rückweg machen. Das ist nicht das Problem, ne. Lager mir trotzdem ein bisschen, aber... Ach, Bomben wäre lang, na, super. Ja, das Problem habe ich am Rückweg alles. Okay. Ach, da bin ich ja vorbeigelaufen. Na, muss ich das auch wieder am Rückweg mal machen. Wie laufen eh nochmal überall hin? Das ist das Problem. Ah, da oben geht's rein. Ah, wieder Dojo-Meister. Ja, Schwert und einmal. Ja, er hätte mehr Haltbarkeit nehmen sollen, mehr Dojima. Ja. 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 Mit Dojima Schwert hat mir das nicht passiert. Ganz ehrlich. Nein, 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 nein. Wann soll das denn werden? Level auch stück. Level 7 schon. Ah, nicht so richtig? Ah, darüber habe ich noch nie gedacht. Aha. Das ging gut. Kein Problem bisher. Ich weiß, ob das Spiel überhaupt so schwer wird, weil ich bin ja immer auf normal, ja? Kann auch sein, dass da nichts passiert. So unmöglich. Das war nicht so schlecht. Würde ich mal so sagen. Also das hat er auch mal so wechselt im Kampfmodus, die zufällig auftauchen. Ach, aber es ist ganz schön irgendwie. Ach ja, wenn du sie mal shattern, passiert das nicht. Sopa. Ja, wenn ich bei dem Bosscamp auch so wenig Probleme hätte. Oh Gott, wie groß die sind das? Ach so, deswegen. Ah, hier ist der. Erholungskiller. Hier ist nix. Ach, kann ich doch so machen. Da war ich ja eben. Aber ich habe das eigentlich nie wieder zurückgesetzt alles. Oh, was ist der, hä? Oh, jetzt habe ich dich. Super, so kann es gehen. Okay. Ah, wo bin ich denn hin? Kann ich hier überall langlaufen? Ob hier wieder irgendwas ist? Ja. Ja. Kein Problem für uns. Ah, da ist das Teil. Oh, ich muss mal. Feuerzauber. Oh, jetzt kommt gleich, ich werde gleich da, ne? Ich mache wieder einen Sinnfehler. Wir reden ja auch nicht unten mal, als Abwechslung. Ja. Wäre sicherlich besser gewesen, ne? Aber... Naja. Oh, okay. Ich werde wieder speichern. Dann gehe ich immer unten rum. Ich werde wieder so einer Bosskampf. Ich glaube schon, ja. Okay. Ja. Ja. Natürlich speichern wir mal ab. Und... Ich will hier auch fortsetzen. Ja, wir machen erst nach. Was uns hier erwartet. Weiter. In dem Gebiet vor dir hause ein mächtiger Gegner. Ich bin sicher, dass du da weitergehen willst. Ja. 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 Es gibt Gerüchte, dass es hier ein Monster geben soll. Wir sollten nicht zu lange bleiben. Ja. 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 Ja, ich bin sicher. Du könntest diesen Ort nicht betreten. Vergesst das Mädchen, Meister. Eifersüchtig, Kon-Giku? Ich suche dort keinen Spaß. Ich will Momohimes Seele. Ich weiß nicht, dass ich hier ein paar Jahre alt bin, aber ich weiß nicht, dass ich hier ein paar Jahre alt bin. Die hübschen Mädchen ignorieren mich, selbst wenn ich alle Getränke übernehme. Die kümmert sich nicht einmal um neue Kunden. Das macht gar keinen Spaß. Wie hohl ihr seid. Man will euch nicht. Vielleicht fehlt man euch abstoßend. Okay. Äh, kann ich noch was machen hier? Ich glaube nicht, ne? Und dann, wo ist man hier? Sieht genau aus wie eben. Ist nicht hier was auf? Ah ne, ist doch was anderes. Dann gehen wir mal hier hin. Ah ja. Oh, wie schrecklich. Bitte hört mich an. Das Monster Vanyodo. Trägt die Seele des Mädchens auf einem Rad weg von hier. Mein Schicksal ist es, auch mitgenommen zu werden. Ich bin jetzt ein Schicksal, Asagiri. Ich bin jetzt nicht mit dem Rad hin. Ich fahre nicht mit dem Räumen. Ich bin jetzt mit dem Rad aus dem Rad. Ich bin jetzt eine Schicksal. Und die Leute haben sich ein Schicksal verändert. Ist das so? Ok, nur eine Art dieser Gespräche. Ja, immer dasselbe, tatsächlich, aber in unterschiedliche Orte. Das sieht mehr bedrohlich aus. Rankai, ihr wahnsinniger Mönch, sagt mir, wo ihre Seele ist, oder ich schütze euch auf. Eigentlich verkauft man hier Mädchen, aber Seelen kann man hier auch verkaufen. Frag doch diesen grimmigen Besitzer dort. Das macht mehr Sinn, als mich anzugreifen. Hm. Wer sie anschaut, wird der Schückel gerissen. Lasst uns von hier verschwinden. Wir finden keine Antworten, wenn wir uns nicht umdrehen. Wir müssen ihr gegenübertreten. Hässlicher Genosse, hm? Das ist ein hartes und grausames Gesicht. Ich geb ihre Seele zurück, weil ich nehm, aber ich nehme sie mir. Aber ich wollte grad wechseln. Ich wollte grad wechseln, aber ich bin wieder, weil mir wieder versagt dabei. Oh. Oh. Ich bin wieder. 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 Okay, die war nicht so gut, ha? Oh oh. Oh, die war noch nicht so gut. Okay, weg. Okay, boah. Oh, die war nicht so gut, ich wollte ausweichen. Level-Aufstieg, ja, immerhin, habe ich immerhin meine Dinge zu erhalten. Das gibt's doch nicht, wir gehen mal kaputt. Kann ich mal kein Ding machen, muss ich mal so machen. Ich werde nicht mehr kaputt, ey. Okay. Mach er noch nicht so gut. Dann mal so zu. Ja, geht doch. Oh, das gibt's ja nicht, Mann. Ich bin wahrscheinlich immer kaputt, verdammt der Mist. So, jetzt. Na, also. Oh. Wir haben's doch überlebt soeben, aber das war irgendwie nicht so gut. Oh, meine Güte, das war schlecht. Ah, wir haben's geschafft. Ah, Kachara Hiro Mitsu erlangen. Mit dieser Dämon-Klinge kannst du orange Barrieren Kachang. Oh, ja. Oh, Boros Ziel soll sogar ein so schreckliches Monster beziehen können. Ken wartet den Kuro. Kennt ihr noch den Schwertkämpfer Buaku Kogorota, den Löwen Ovaris? Ihr habt ihn im Duell verkrüppelt. Selbst als Mönch ist mein Hass gewachsen. Heute kann ich meinen Untergebenen befehlen, euch zur Hölle zu schicken. Ah, was, was, was willst du, hä? Noy, du weißt ihn einmal. Ja, ne, der Kampfsum ä Ihr setzt verbotenes Wissen ein, um als Mädchen weiterzuleben! Angst zu sterben? Jetzt kommt ein Tchaubukzau. Das ist nicht nur das. Ich bin mit dem Yagyu-Yuki-nojo-Don und dem Yagyu-Yuki-nojo-Don. Oh, ist das ein superer Name, ja? Tja, aber so sagen, Japan hat andere Länder, andere Sitten und andere Namen, aber schwierig. Yakuus Ninjas sind mir wie immer auf den Fersen. Nindjas haben keine Chance gegen meinen Oboro-Stil, aber Yuki no-Yo. Fürchtet ihr den Yaku-Shinkage-Stil? Jetzt seid ihr an dieser Welt gefangen. Hm, kommen wir nicht runter. Ah, dann. Die Gefangenen-Sälen wurden dank euch alle befreit. Jetzt kann ich in Frieden gehen. Das habe ich für mich getan. Zeigt er euch wieder, Asagiri. Frisst euch meine Klinge. Ah. Ich kann ohne mein Körper nicht ans Jenseits übergehen. Wie lange wird das noch dauern? Mir gefällt diese Lage ebenso wenig wie euch. Ich muss hier weg. Wollt ihr euren Körper zurück? Dann lasst uns gemeinsam verschwinden. Wenn ihr euch weiterverstanden habt, Mendoja, wenn ihr euch weiterverstanden habt, Wenn ihr euch weiterverstanden habt, dann lasst uns gemeinsam verschwinden. Weigert ihr euch, werde ich eure Seele wegsperren. Dann könnt ihr nie zurück. Also geht ihr. Seid schönartig. Hahaha. Ja, super. Okay? What one, yeah. Kongeku? Lasst Füchse Rankais Spur verfolgen. Das wird sicher zu Yuki no Iyo führen. Aha. Also um eine Seele zu ertragen, brauche ich das Kuro-Mitsu-Schwert von Yuki no Iyo. Ich brauche das Schwert, um diesen Körper gegen den eines mächtigen Mannes einzutauschen. Ja, genau, damit Momo Seele ihren Körper wiederkriegt und, ne, Momo Hime ihren Körper wiederkriegt und wir uns eine mächtige Seele holen. Na dann. Na dann. Dritter Akt, beschafft ihr das Kuro-Mitsu-Schwert, um ihre Seele wieder zu übertragen. Lernt das Verfahren von Yuki no Iyo. Oh, okay. Ja, man, müssen wir uns ein neues Schwert holen. Mal gucken, was haben wir hier? Das ist so das Füchse, was wir haben. Oh, das ist viel, viel besser. Das kann ich noch gar nicht nehmen. Da wolle ich noch stärker. Ich dachte, ich hätte das nicht gebrauchen können, noch in den Kampf. Ähm, das wäre besser gewesen, aber... Okay, das kann ich noch gar nicht nehmen. Ich verstehe, ich muss immer das Bessere nehmen, das ist dann das 17er, ne? Ja, das Beste, das ist das Beste. Ja gut, dann muss ich immer noch abwarten, bis wir noch ein Level machen. Wahrscheinlich. Da brauche ich nämlich. Das habe ich doch jetzt, hm? Ach so. Ah, weil ich da, weil das weniger hat. Das bringt, das bringt... Ach, deswegen. Ich habe erst dadurch mehr stärker. Ah, jetzt gefühle ich das. Also, ich müsste da nicht umtäuschen. Das versiebe gegen ein anderes, ne? Da hätte ich auch genügend, aber ich warte einfach mal ab. Ah. Na gut. Wir haben den zweiten Akt abgeschlossen. Dann speichern wir mal ab bei der Stelle. Und sind am Ende auch dieser Session angekommen. Äh, ja. Neuer möchte ich nicht. Wir sind fertig, wie gesagt. Haben den zweiten Akt abgeschlossen. Ich hoffe, ihr habt euch Spaß daran. Denkt immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und... Und... Ja. Damit... Danke fürs Zusehen. Und... Bis... zum nächsten Mal.